Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf der Nights at our GAMING. Simulator. Ähm und wir rüsten uns ja auch mal direkt aus. Hab ich jetzt die Waffe? Ja. Okay, perfekt! Dann können wir eigentlich... Ah ne, das Schild... Los ist bereit. Aha. Oh, sie durfte sich gar nicht töten. Ah! Okay, alles klar. Ja, ich hab ihn! BAM! Ich hab ihn. Okay. Äh? 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 Von wem wurde ich denn jetzt gerade? Ah, von dem. Also hier ist mal wieder absoluten Chaos, also echt absoluter Chaos, wortwörtlich. Ne, kann ich, kann ich jetzt mal lieber Farben, danke. Zack? Ja? Ja? BAM! Ah, scheiße Mann, warum kommt er denn hier immer wieder rein? Er kommt hier immer wieder rein, irgendwie Ah, jetzt ist es gerade etwas ruhig Okay, alles klar, erstellte ich ihn nicht Entschuldigung, dass ich gerade etwas ruhig bin Aber ich bin gerade so konzentriert Okay Okay Er spawnt halt immer genau da, wo er auch stirbt Er spawnt immer da, wo er auch genau stirbt Ah, ich kann den nicht Okay, okay, okay Tschüss, es ist gerade so viel Chaos Ah Ja, der ist anscheinend Ich gehe wieder raus Ah, alles klar Ah Lass mich rein hier Scheiße Was hat er für eine Waffe Oder wie die hier alle in diesem Scheißspiel schieten Das macht halt auch keinen Bock mehr Und dann kann ich das Video auch halt immer direkt wieder vergessen Weil die einfach nur Ja movements Das macht Naja, der ist hier vorne. Ich kann die Tünen nicht aufmachen. Ja, Junge, wie soll ich denn da was machen? Ja, der schießt halt nur mich ab. Irgendwie die mich versuchen abzuschießen. Ja, der hat mich gerade versucht abzuschießen. Das coole ist, jetzt schießt er mich nicht mehr ab. Ah, da ist er wieder. Lol, wie er sich einfach schiebt. Das ist, äh, neutral. Ja, der hat uns einfach gerade alle umgebracht. Ich lass sie jetzt alle rein. Ey, der soll mich doch nicht immer umbringen. Ja. 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 Wie ich hier alle reinlasse. Doch, jetzt hat er mich gekillt, weil ihr, ah. Ja. Oh, ich hab euch alle reingelassen. Wo ist der eine jetzt? Mann, jetzt ist mein Kumpel weg. Hier ist er. Robert Lewandowski heißt der. Ah, was hat die für einen Skin, alter. Alles klar. Alles klar. Leute, naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ich bin gerade wieder gestorben, lasst ein Like, ein Kommentar. Äh, lasst ein Like, ein Kommentar und natürlich ein Abo da und aktiviert gerne die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ähm, es war heute mal wieder ein ganz geiles Video. Ähm, ein bisschen mit den Hack haben, ein bisschen geheimt. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, Leute. Euer Stando. Tschau, tschau. 逃 banyak Mal sehen uns Tieren. Ihr wisst Inter không, ahoraì incorpor woodjões. Und dann sehen uns T Shouldns. Wir sind in den Und Glock mal sehen uns . Mysett? Da haben wir uns jetzt nemmachen, wenn es euch passiert.